Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Heute geht es um Ubuntu 2004, in meinem Fall jetzt ein Xubuntu mit XFCE Desktop und wie man darauf Puls Audio ohne Snap Fessel verwenden kann. Normalerweise kriegt man das nicht ohne Snap zum Laufen, das Puls Audio. Und Puls Audio wird halt gebraucht bei vielen Programmen für die Tonausgabe. Und wie man das Ganze jetzt so entfesselt, darum geht es halt heute. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, Ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Ja, was kann man jetzt tun, wenn man Puls-Audio verwenden möchte, weil es eben viel Software verwendet als Audio-Backend, man aber kein Snap haben möchte. In dem Puls-Audio-Paket oder den Paketen von Ubuntu sind Abhängigkeiten auf den Snap-Demon. Und zum Glück leben wir in der Open-Source-Welt, wo wir ja Dinge frei kombinieren können. Wir können sie halt anpassen. Und in diesem Fall habe ich ein Skript gemacht, was uns aus den Quellen von Debian, aus den Puls-Audio-Quellen von Debian, ein Paket baut, was unter Ubuntu installiert werden kann. Dazu verwenden wir jetzt Local-APT aus meinen Dodger-Tools. Da werden halt die Pakete mit Abhängigkeiten aus dem Debian 11 genommen, die Quelltext-Pakete, und werden erst mal runtergeladen. Dann können wir das Ganze kompilieren und das Ganze in ein Debian-Paket verpacken. Und dann nehmen wir noch eine APT-Regel dazu, damit die älteren Puls-Audio-Pakete aus Ubuntu 20.04, denn die sind von der Versionsnummer wirklich älter als das, was in Debian 11 drin ist, dass die nicht mehr installiert werden. Und anschließend installiert mein Skript auch noch dieses selbstgebaute Paket, beziehungsweise die Pakete. Ja, warum ist das Ganze unter Ubuntu eigentlich so gedacht? Canonical, die Firma, die hinter Ubuntu steht, verteilt immer mehr und mehr Software, nicht als so ein Standard-Debian-Paket, sondern in diesem Snap-Format. Das hat sich Canonical ausgedacht. Die dahinterstehende Server-Architektur ist aber proprietär und nicht offengelegt. Es gibt zwar jetzt so einen Nachbau, aber der ist jetzt nicht wirklich verbreitet. Also Canonical hat schon ziemlich die Hand da drauf und es gibt auch so technische Probleme mit dem Ganzen, sodass Snaps halt nicht wirklich rund laufen. Von daher bin ich wirklich kein Freund davon. Und ihr könnt ja unter dem Link hier bei GNU Linux CH einfach mal gucken und da werdet ihr eine ganze Menge finden, warum Snap jetzt nun nicht so wirklich eine tolle Sache ist oder ihr guckt einfach mal in einer Suchmaschine nach. Ja, aber müsst ihr selbst entscheiden, ob das für euch eine gute Idee ist. Ihr braucht kein Puls-Audio-Paket ohne Snap. Wenn ihr mit dem glücklich seid, wie es mitkommt, dann seid ihr damit glücklich. Dann ist das auch vollkommen okay. Ja, müsst ihr halt selbst wissen. So, dann schauen wir doch mal, was ich da so Schönes gebastelt habe. In diesem Skript, was das alles für uns übernimmt, sind ja einige vielleicht schon bekannte Teile drin. Erstmal geht es darum, die Dodger-Tools zu installieren. Weil die Paketquellen signiert sind, müssen wir noch ein paar Pakete dazu installieren. Die hier. Dann tragen wir die Paketquelle, also von wo die Pakete von den Dodger-Tools kommen, in eine neue Paketquellenliste ein, nämlich die hier. Dann importieren wir hier auch noch den öffentlichen Teil des Signaturschlüssels, sodass APT überprüfen kann, ob die Paketquellen und die Pakete, die von dort heruntergeladen werden, auch wirklich in Ordnung sind, also nicht verfälscht wurden. Nachdem wir das eingerichtet haben, ziehen wir uns den neuen Paketindex herunter. Da stehen die Informationen über vorhandene Pakete drin, also welche Pakete es in welcher Version gibt. Jetzt laden wir das Local-APT herunter. Das brauchen wir dafür, dass wir Pakete aus einer anderen Distribution herunterladen können. Wir wollen Pakete aus Debian 11 haben, obwohl wir uns unter einem Ubuntu befinden. Dann haben wir noch das Paket Build Essential. Das ist ein Metapaket, was verschiedene weitere Pakete installiert. Zum Beispiel ein C-Compiler ist mit dabei, ein Make-Tool ist, glaube ich, mit dabei und vieles andere. Also quasi so ein Grundstock von Programmen, die man braucht, um Debian-Pakete bauen zu können. Dann nehme ich hier dieses Puls-Audio-Paket. Wir befinden uns auf dem Ubuntu und ich installiere über das Bild Depp die Abhängigkeiten, die gebraucht werden, um Puls-Audio kompilieren zu können. Das sind halt verschiedene Bibliotheken, die wir halt beim Übersetzungsprozess einfach mit brauchen. Und das ist hier die Ubuntu-Welt. Also da ist noch nicht das von Debian 11 mit dabei. Das interessiert uns noch nicht. Und diese Abhängigkeiten, die mit installiert werden, die sind so, dass man es eben auch dieses Debian 11 Quelltext-Paket unter dem Ubuntu installieren und kompilieren kann. Als nächstes machen wir uns ein Projektverzeichnis für die Pakete, die aus dem Debian 11, dem Bullseil, kommen und wechseln auch gleich hinein. Jetzt legen wir uns eine neue Paketquellenliste für das Debian 11 an. Diese Paketquellenliste ist im aktuellen Verzeichnis, also in unserem Bullseil-Pakete-Verzeichnis und heißt eben Sources-List. Und da tragen wir eben die Quellen ein für unser Bullseil, das Debian 11 und eben nicht nur die Pakete für ja, die aktuelle CPU-Architektur, sondern eben auch die Quelltext-Pakete, die eben mit dep-sac gekennzeichnet sind. Wenn wir diese Zeile jetzt hier weglassen würden, dann hätten wir eben bloß Binärpakete, die eben für die aktuelle CPU-Architektur kompiliert sind. Aber wir wollen ja eben den Quelltext haben. Als nächstes führen wir Local APT Update aus. Das ist quasi so wie dieses APT Get Update, nur dass das alles lokal in diesem Verzeichnis stattfindet, in dem wir uns gerade befinden. Also wir verändern nichts am übrigen System. Darum funktioniert es eben auch, wenn wir jetzt hier Dinge für das Debian 11 drin haben und auf dem richtigen System halt ein Ubuntu haben. Und das geschieht eben lokal. Genauso lokal ist das nächste hier, dieses Local APT Source. Das lädt den Quelltext aus den Debian 11 Quellen herunter, aus diesem SAC-Bereich hier, aus dem Source-Bereich und entpackt diesen Quelltext auch gleich noch in ein Verzeichnis. Und da ist jetzt auch diese zusätzliche Struktur drin, die man halt braucht, um Debian-Pakete bauen zu können. Da gibt es ein extra Verzeichnis, wo denn drin steht, welche Version dieses Paket hat, welche Abhängigkeiten da drin sind, Skripte, die vor dem Installieren, nach dem Installieren ausgeführt werden sollen und so weiter und so fort. Dann wechseln wir in dieses Verzeichnis hinein und bauen ein neues Debian-Paket. Dann werden diese Quelltexte kompiliert, dann wird das Ganze ja letztendlich wie so eine ZIP-Datei gepackt. Dann haben wir so eine Debian-Paket-Datei und über zusätzliche Parameter, minus US und UC, sagen wir, dass wir das Ganze nicht signieren wollen. Sonst müssten wir auch noch GPG-Schlüssel einrichten. Aber das wollen wir gar nicht machen. Und wir wollen auch hinterher nur ein Binär-Paket raushaben, beziehungsweise es ist daher aufgeteilt in mehrere einzelne Paket-Dateien. Dann verwenden wir auch noch das sogenannte APT-Pinning, um die Priorität von Paketen anzupassen. Denn eigentlich ist die Software aus Debian 11 deutlich aktueller, als was wir bei Ubuntu 2004 hätten. Aber APT meint dennoch, dass dieses Paket, was wir jetzt Pant gebaut haben und gleich neu installiert werden, dass das älter wäre und deswegen durch neuere Versionen aus dem Ubuntu 2004 Repo überschrieben werden müsste. Mit dem APT-Pinning sorgen wir jetzt dafür, dass die Pakete, die ja Puls drin haben, also sowas wie lib-puls-irgendwas oder puls-utils oder was es auch alles gibt, wo dieses Puls irgendwo am Anfang, am Ende oder in der Mitte irgendwo auftaucht, also diese ganzen Pakete, dass die jetzt eine spezielle Priorität, nämlich die minus 10 bekommen und das Ganze gilt eben auch für alle Varianten von Ubuntu. Also immer, wenn Puls irgendwo im Paketnamen auftaucht, wird die Priorität auf minus 10 runtergesetzt und damit werden diese Pakete nicht extra installiert. Denn sonst hätten wir eben dieses Update-Problem, dass wir unsere neu kompilierten neueren Pakete relativ schnell auch wieder los wären. Nachdem wir das hier gesetzt haben, können wir jetzt risikofrei unsere Puls-Audio-Pakete installieren. Also die befinden sich halt eine verzeichnete Ebene da drüber und ja, auch wieder dieses Namenschema irgendwas, wo Puls drin vorkommt und .deb, also ein Debian-Paket sind, die installieren wir jetzt über dpkg und "-i", heißt einfach Install. Die werden einfach direkt installiert. dpkg löst aber keine Abhängigkeiten auf, also kann es passieren, dass eben Pakete, die eigentlich gebraucht werden, um diese Puls-Audio-Pakete auszuführen, nicht vorhanden sind und die installieren wir über dieses apt- "-fixed-broken install einfach nach. Nach dem Install kommt eben kein Paketname, durch dieses fix-broken hier werden eben fehlende Abhängigkeiten nachgeholt und da gibt man keinen Paketnamen an. Ja, soweit die Theorie, gucken wir uns das einmal an, ob das auch wirklich so klappt. So, ich befinde mich jetzt auf dem Xubuntu 2004. Jetzt hole ich mir erstmal so eine Shale, mache das Ganze mit STG und Plus noch ein bisschen größer, noch ein. Boah, so, ne? Dann gucke ich einmal hier unter ETC Ischub, nach, dass es jetzt wirklich so ein Ubuntu 2004 Unterbau hat. Und dann habe ich schon mal was vorbereitet. Ich habe mir in so einer Datei einfach mal den Link zu dem Skript abgelegt, den kopiere ich mir einmal in die Zwischenablage und lade das Skript jetzt einmal mit WGET herunter. Und jetzt brauche ich natürlich Root-Rechte. Die hole ich mir unter Ubuntu und Linux Mint über sudo bash. Gebe mein Passwort ein. Damit wir jetzt auch unter dem Ubuntu die Bauabhängigkeiten für Quelltext-Pakete auflösen können, müssen wir die Paketquellenliste auch noch ein bisschen modifizieren. Ich mache das jetzt hier über den Nano-Editor. Ihr könnt natürlich auch einen anderen nehmen. Dazu editiere ich die etc-apt sources list und dort haben wir eben die Binär-Paketquellen, die eben mit DEB anfangen und dann gibt es hier immer auskommentiert DEB-SAC also für die Quelltext-Pakete und die brauchen wir jetzt. Die kommentiere ich jetzt eben einmal ein. Mache ich sicherheitshalber auch noch für die hier mit. Also letztendlich mache ich jetzt das mit allen einmal. Trefft ja jetzt keine großartige Entscheidung. Das nehme ich und das nehme ich nicht. So. Mal gucken. Genau. So, damit ist es überall eben einkommentiert bei allen Sachen, die halt eben als Binär-Quelle mit drin sind. So, jetzt sage ich stg und x für beenden und jetzt werde ich gefragt, ob ich den Puffer speichern möchte. Also ob ich jetzt quasi meine Datei mit den Modifikationen speichern möchte. Sage ich einmal j und hier drücke return und jetzt ist das da drin gespeichert. Und jetzt habe ich bei dem Skript, was ich hier vorher einmal gezeigt habe, noch eine Änderung gemacht, denn es hat sich jetzt rausgestellt, dass zwischen dem Schreiben von diesem Skript und jetzt sich doch was bei Ubuntu geändert hat. Dazwischen sind jetzt doch einige Monate vergangen, dass ich diese Aufnahme mache. Ich brauche jetzt hier zusätzlich noch die Angabe trusted gleich yes. Ansonsten akzeptiert Ubuntu die Pakete, die aus diesem Debian 11 Repo kommen, einfach nicht, weil der Signaturschlüssel für die Debian 11 Pakete nicht da ist. Ich könnte das natürlich jetzt so machen, dass ich diesen Signaturschlüssel versuche unter Ubuntu zu installieren, aber für die jetzigen Zwecke, da spare ich mir das. So, jetzt starte ich das Skript, beziehungsweise ich habe das vorher schon mal gemacht, da bin ich auf ein paar Probleme gestoßen und darum rufe ich das jetzt zum dritten Mal auf und ihr seht es jetzt bloß so. Normalerweise würden da noch mehr Pakete runtergeladen werden, das Einrichten dauert länger und so weiter, es ist nicht spektakulär, es dauert letztendlich für euch bloß länger, also speich mir das. So, jetzt starten wir das, tun wir so, als ob das zum ersten Mal läuft, also es werden jetzt diese Paketindex-Dateien heruntergeladen, es wird gleich Software installiert zum Kompilieren von Software, von Quelltexten für C und C++, kommen mal ein paar weitere Bibliotheken dazu, um Pakete zu bauen, ja genau, dann kommen aus meinen Dodger Tools noch verschiedene Dinge mit dazu und jetzt werde ich halt hier gefragt, ob ich die Abhängigkeiten zum Bauen von dem Puls Audio Paket installieren möchte, das möchte ich natürlich und da kommen jetzt diese ganzen Entwicklungsbibliotheken mit dazu, also alle die mit Dev am Ende sind, das sind diese Entwicklungsbibliotheken und das ist eben eine ganze Menge, wie man hier sieht, das sind 202 MB, die am Ende auf der Festplatte gebraucht werden, damit wir Puls Audio kompilieren können. So, da sage ich jetzt J, ich möchte das und dann läuft das eben durch. Vielleicht mache ich noch eine weitere Version von diesem Skript, wo es diese Nachfrage nicht gibt. Eigentlich sollte das, denke ich mal, soweit klar sein, dass das Installieren von diesen ganzen Dingen halt irgendwie Platz braucht. Genau. Jetzt installiert es die Entwicklungspakete, um Puls Audio bauen zu können. So, nachdem das ganze Kompilieren jetzt durchgelaufen ist, das Paket gebaut wurde und wir das Paket installiert haben, werden wir jetzt gefragt, ob wir das Puls Audio Equalizer Paket entfernen wollen. Das ist eben das alte Paket. Das, was von Ubuntu doch kommt, was diese Abhängigkeiten hat. Diese Equalizer Funktion ist jetzt in dem anderen Paket drin. Also das Paket wollen wir jetzt wirklich loswerden. Also einmal mit Y und Return bestätigen. So, und jetzt sind wir auch soweit durch. Ja, jetzt haben wir unsere Puls Audio Pakete wiederum da, aber sie kommen eben von unserem ja selbst gebauten Repo ist es ja nicht, aber es sind jetzt eben unsere selbstgebauten Pakete und nicht mehr die Pakete, die bei Ubuntu mit dabei sind. Und wenn wir jetzt gucken mit dpkg und minus L können wir einmal auflisten, welche Programme dort drin oder nein, welche Dateien und Verzeichnisse in dem Paket drin sind. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal auf BIN eingrenze, dann ist hier dieses Puls Audio drin, also der Daemon, der im Hintergrund läuft. Und wenn ich jetzt sage LDD und den Dateinamen, dann habe ich hier eben die Abhängigkeit zu den Bibliotheken, die gebraucht werden, um diese ausführbare Datei ausführen zu können. Wenn ich jetzt da gucke, habe ich eben keine Abhängigkeit auf Snap, irgendwas, Libsnap oder wie auch immer das heißt. Und wenn ich jetzt auch nochmal gucke mit dem Puls Audio Paket, mit dpkg-s kann ich mir anzeigen lassen, welche Abhängigkeit es zu anderen Paketen hat. Und also ich sehe da jetzt aktuell nichts mit Snap und Krebs sagt mir auch, das ist nicht dabei. Und zur Sicherheit gucke ich jetzt auch nochmal bei den hier Libpuls 0. So, da gucke ich eben auch nochmal, ob es Abhängigkeiten zu Snap hat und hat es eben auch nicht mehr. Also jetzt haben wir Puls Audio installiert über ein eigenes Paket, was kein Snap braucht. Ja, müsst ihr wissen, ob ihr sowas braucht oder auch nicht. Also für mich war es eine kleine Herausforderung das so zu machen, weil ich wollte es so nicht. So, das war es dann auch für dieses Mal. Wie gesagt, bei diesen Sachen müsst ihr wissen, ob ihr das wollt, wenn ihr mit Snap gut Freund seid, dann lasst es halt drin. Ja, ich wollte es nicht, wenn ihr es auch nicht wollt, wäre das ja so ein Weg, wie ihr Puls Audio bis zum nächsten Mal abonnieren, Glocke drücken, weitersagen und ansonsten bis dann und tschüss.